Sie sind getroffen, tokt an! Rieslicher Schatz! Warnung! 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 Schatz festgestellt! 2,1 G in Deckung! 0,9923 rücken vor! Das ist ein letzter Ausflugleiter! Hier ist jetzt schon! Warnung! Pumpschaden festgestellt! Wiener ist getroffen! Ich gebe ihm jetzt den Rest! Warnung! Unser Reaktor ist sinnstervil! Er sagt, was er hier erforderlich ist! Warnung! Neuformiert! 2,3! Nach rechts! Vorrecht! Rieslicher Schatz! Warnung! Warnung! Ja! Sehr gut! Box 10! Das muss schon schneller gehen, Junge! Nur die schnellsten überlegen! Warnung! Baitarie erforderlich! Baitarie erforderlich! Warnung! Baitarie erforderlich! Baitarie erforderlich! Hier, alles im Lohn. Anbeln! Warnung, Kubschaden festgestellt. Sie getroffen, Pops 8. Warnung, Warnung. Warnung, Warnung, Warnung. Warnung, 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 Warnung, Warnung. Warnung, 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 Warnung. Warnung, 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 Warnung. Warnung, 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 Warnung. Kumpsschaden Ich gebe ihm jetzt den Rest Was soll ich hier fordern? Ich würde das noch zu schwarz für den... Warmund, Kumpsschaden festgestellt! Ziel getroffen, Box 8! Überbeige Entdeckung, Press 4C, 0,992-3-2-4 Welcher Schaden, Warmund, Warmund! Das ist ein letzter Auszugleiter, hier ist entschuldigt! Soll von mir, Y3, nach rechts, vor rechts! Warmund, Kumpsschaden festgestellt! Kriegner getroffen, gebe ihm jetzt den Rest! Sehr gut, Box 8! Kriegner schaden! Warnung, Warnung! Es muss schon schneller gehen, Junge! Nur die schnellsten übernehmen! Warnung! Unser Reaktor ist im Stabil! Ersatzbatterie erforderlich! Kriegner schaden! Warnung, Warnung! Kriegner getroffen! Überbeige Entdeckung, überbeige ich im Visier! Alles im Los! Warnung, Batterie erforderlich! 4. 5. Sprecher, die Zeit! 2. 5. 7. 7. 11. 8. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Commander Briggs, hier ist BT-7274. Weiter wurde abgeschossen. Verstanden, gehen Sie an Bord der Draconis und sichern Sie die Lade. Wir bereiten den Transfer vor. Gruber, bereit machen für Wurf. Ich empfehle Ausstieg. Analysiere Luftwiderstande. Die Rechnung läuft. Komm auf, wir klappen nicht! Gute verloren. Brauche Deckung. Brauche Deckung. Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit. BT, bist du okay? Linker Arm abgetrimmt, aber ich bin weiterhin funktionsfähig. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Näher an uns Ladesicherheitsbehälter. Der Behälter ist zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Ich komme nicht an die Lade heran. Cooper, Sie müssen mir helfen. Dreh an uns! Wir müssen vom Schiff runter. Uns läuft die Zeit davon. Dreh an uns. Dreh an uns. Schafft die Lade hier raus! Negativ. Sitzen in der Völle. Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung! Aufprall! Achtung!